Ja, wir haben uns wieder auf den Server gewagt. Bist du zu schwach? Sind sie zu stark? Für Parten-Server? Irgendjemand schießt hier aber ganz nah. Irgendjemand schießt hier. Ich glaube da unten ist jemand. In der Scheune. Ja, da kommt jemand. Alter, ich habe gerade einen erschossen. Ja, ist gerade von meiner Nase gelaufen. Irgendwo ist hier noch eine SKS. Ja, ich habe ihn gerade erschossen. Äh, nicht mehr mehr. Ich will mal jetzt hier mit. Oh man, hat er viele Sachen. Soll ich die Sachen... So ein Lackmann. Soll ich die Leiste verstecken? Ja. Du alles hast. Ich komme zu dir. Dein Server. Ja, das ist hart. Wir können ihn ja auch liegen lassen. Was soll liegen? Vielleicht will der ja wiederkommen und sein restliches Zeug kommt. Mhm. Ich nehme dein Magazin für den Tier. Was schießt da noch ein Ding auf dich oder wie? Ja. Ja, hier war noch was. Hier ist ein Saline. Der Karten, entschuldigt. Äh. Und ich hatte alles, was man braucht. Scheiße! Aber der ist echt gefickt. Was ist hier so jetzt hier? Wo bist du denn da? Immer noch da gerade. Ich habe ihn ausgelockt. Dann schießt irgendjemand und auf einmal kommt der Trip hier an mir vorbei. Weil ich bin jetzt hier oben am Wald. Ach, da vorne stehst du, oder? Ja. Okay. Hier vorne. Hier vorne. Hier vorne hast du auch einen. Ist aber irgendwo... noch einer. Wo bist du? Ja, hinter dir. Ich stehe hinter dir. Hier, nimm vielleicht deine Schuhe, dann hast du... Ähm. Ich hab keinen Platz. Hey. Ja, versteck die Waffe... äh, die Leiche lieber. Warte, ich... Das hat einen zum Protector Case. Bin ich auf hier in der Kette grad. Wir müssen kommen die und holen das jetzt. Noah, was macht er jetzt? Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er hier... Vollidiotisch hier... die Waffe rausgemacht. Ich hab alles. Okay, aber ich hab gar nichts jetzt. Wo ist meine Waffe? Soll ich nicht verstecken, Mann? Ich weiß nicht, ob ich ihn... Nein, 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 nein. Lass mich so. Soll ich deinen Rucksack nehmen? Ich könnte ja... Ich hab den Protector Case genommen, das ist auch nicht gerecht. Okay, dann... Hm, ich könnte ja... Das ist ein PU-Scope. Ah, ist pristine, das kann ich austauschen. Ich hab zwei noch ein paar. Ich hab noch ein PU. Okay. Äh, ich hör Schitte. Äh, ich lauf hier. Okay. Das hat 30 und das hat 35 Platz, ich hab sowieso keinen Platz. Scheiße. Was für ne Waffe hatte der Typ? M4. Ah, ich muss mir... Und dann war da noch SKS Schuss, oder wie? Mhm. SKS, ja. In der Nähe, oder...? Ja, ja, und danach hat's aufgehört. Mit den Schüssen. Okay, ich komm hier ab. Und dann, äh... Vielleicht legen wir uns irgendwo hin. Weiter oben. Dass wir ihn snipen können. Ich werd lieber die... Wenn da ein Bambi kommt, ist er gefährlich. Das ist so ausgerüstet dann. Lass doch die Leiche. Na gut, wo bist du? Ist da nach hinten weg. Längs von dir. Wo wird's jetzt hin? Ja, hier irgendwie. Jetzt werd er seine Kollegen holen, bestimmt. Dass der alleine gespielt hat. Nee, nee, der... Ich glaube nicht, dass er alleine gespielt hat. Aber die Leiche sehen wir nicht, nicht? Nee. Hm. Mhm. hm willst du den tippen als sicherheit oder das ist ja gut, du musst ja noch sehr weit rennen bis du die leiche hier findet ich kann ja gleich hier in der nähe spawnen malin dann so die beste wieder hoch bist du doch vor mir sollten zusammen bleiben und sorgen wenn wir wohl weggehen dann würde ich vorschlagen wir gehen jetzt nach links aber ungefähr einen kilometer die blau hellen elite sind hier blauer rucksack so hat es weitergelaufen ok aber du musst wieder leiser machen ein bisschen ein kleines stück da steht ein zombie ich halte mal die rechte seite im auge bis zu dem weg nach hinten gucken hier sind auf jeden fall läuter ich sag das nicht das höre ich nicht gern da gehen wir weiter in den wald rein wenn wir hier draußen stehen können wir nicht in den wald reinkommen das sieht man schlechter aber weit weg weil ich nicht gehört vom flugfeld ok 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 ich hab den nicht angebracht du weißt du auch nicht gut wie meinst du es ich hab nen rucksack mitgetragen die ganze zeit mein schalldämpfer Man kämpft die ganze Zeit mit dem Platzproblem. Schade, dass es nicht so... Weil bei der Bundeswehr gibt es da so Rucksäcke. Die sind riesig. Und... Ja, würde es sogar gehen. Und dann kannst du noch extra Taschen rechts und links dazu machen. Dann kannst du noch oben eine Tasche dazu machen und unten eine extra Tasche. Hm. Die werden es hier auch sowas geben, weil das wär so fett. Ja, aber wie viel Platz noch? Eigentlich schleppen wir ja schon viel zu viel. Wir wollen ja alles mit haben. Das ist ja unser Problem. Ja, ich mein, was ist, wenn dein Rucksack kaputt ist? Kannst du nicht mehr so viel reintun. Doch. Ich hab irgendwas gelesen, dass dann die Slots kaputt gehen. Dass man da nicht... Nee. Nee, aber das kommt ja noch. Dass dann die Slots nicht mehr benutzbar sind. Wenn der kaputt ist. Hm. Also irgendwo liegen sie hier. Wir dürfen uns nicht zeigen, ne? Ne? Haben wir jetzt Probleme. So, auf dem Weg zwischen der neuen Stadt und hier in dem Flughafen. Da laufen doch Leute, ne? Ja. Echt? Ja, normalerweise läuft man schräg. Was würdest du jetzt machen? Ich weiß nicht. Das ist ein Polizeigemäude rein. Oh. Nein. Ich hoffe, du lagst, ne? Da los danach! Wo? Seh ich nicht. Das ist krass. Welche Seite, welche... Rechts oder links ist es? Auf dem Feld. Ich hab ihn getroffen, aber... Ach. Ich hab ihn getroffen, aber... Ach. Ich hab ihn getroffen, aber... Der hat eine Armbrust in der Hand. Ich seh ihn nicht. Der ist hinten in den Wald rein. Der guck. Nein, da links runter. Da wo ich hinguck. Ich seh ihn nicht mehr. Du hast Verbindung verloren bei mir. Mhm, alles wieder gut. Ja, der läuft glaube ich da. Warte, ne, das war... Los, lass in den Wald rein, der muss sich verbinden. Ja, ich seh ihn laufen. Wo? Schau mal da. Meine Richtung. Ich seh ihn nirgends. Du bist jetzt verschwunden bei mir. Ja, ich bin nach links gerannt. Okay, weiter, weiter, das ist richtig. Wir schneiden den Weg ab. Der hat eine Armbrust in der Hand gehabt. Ja. Schau zu deiner auf 3 Uhr jetzt. Oder sowas. Auf 2. Da müsste er sein. Den Jungs, der hat einen Kauberhut. Hat er irgendwas helles auf, ja? Ein helles T-Shirt drauf. Einen grünen Rucksack. Oh ne, dann hab ich nichts anderes gesehen. Irgendwas hab ich gesehen. Der hat eine Armbrust in der Hand. Einen schwarzen... Kauberhut. Wo bist du? Kann ich da hinter dir? Ja. Hör voll! Echt? Ich hör nichts. Aber nur 2-3 Schüsse. Hinter, schau wieder! Ja, vom Fluckel. Wow, der schießt. Und der ist Kass. Ja, Mann. Los, hinter. Geradeaus. Hier, vorstürmen. Ich bin hinter dir. Nicht zu weit. Du müsstest sie schon sehen. Oh, was wird der Scheiß jetzt hier so dunkel? Ja, ne. Es wechselt immer die Lüchteffekte. Lauf nicht weiter. Okay. Oh, ist das spannend. Weiß, ich bleib so stehen. Guck so in die Richtung. Vor allem läuft der da vorne, oder? Ich seh nichts. Siehst du was? Mhm. Hinten. Hinten auch nichts. Naja, jemand ist da jetzt gefallen. Zeichnest du auch? Vorne, vorne, vorne. Geradeaus. Ja, ja, ich seh's. Geradeaus. Da ist ein Bambi. Ich seh nichts. Ja, ich hab nur den Bambi gesehen mit blauem T-Shirt. Du auch, oder? Ja. Wo rennt er hin? Weiß ich nicht. Vielleicht hat es der Typchen, wo wir erschossen haben. Vielleicht hat es der Typchen, wo wir erschossen haben. Ja. Komm, hier. kurz hoch. Guck mal. Nein, nicht hoch. Ich darfst nur sehen. Ich würd eher nach links gehen. Okay. Bleib doch mal da. Ja. Ich seh dich nicht. Ich bin im Baum versteckt. Okay, ich seh dich. Ich seh dich. heftig. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind. Die Schelssonne blendet mich wohl. Mhm. Ja, wenn er nicht weitergelaufen ist, dann müsste er doch irgendwo hier in den Grünen liegen. Oh nein. Wart doch nicht. Lass mal vorpirschen. Du rechts, ich links. Hier jetzt? Ja. Also einfach ein Stück vor, ja? Laufen. Ja, 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 ja. Ich bin auf deiner Höhe. Da steht einer. Vorsicht, geh in Deckung. Sag mir. Sag mir, wo der ist. Der ist da. Jetzt ist er weg. Der rennt weg auf deiner Wiese. Das ist der Bambi da. Mit dem Rucksack aber. Bei dir auf deiner Wiese ist er, der hat in deine Richtung gekocht. Da hat die Lichtverhältnisse sind so kacke. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ja, sag mir. Ist das ein... Der hat auf jeden Fall eine Waffe. Der ist bei dir hier oben am Waldrand. Der ist bei dir oben am Waldrand. Ja. In den Tannen. Mhm. Okay, ich krieg auf. Der kann nicht weit weg sein. Du liegst da, oder? Mhm. Der muss irgendwo weiter rechts sein. Ich hab auf die Wiese geguckt. Ich hab nichts gesehen. Der liegt hier irgendwo. Warte, ich geh mal davor und kreis das ein bisschen. Hey, es wird die ganze Zeit dunkler und dann wieder heller. Ja, in dem Wald ist beschissen. Hier geht's hin. Wo ist der Vorreger? Wo hat er sich versteckt? Auf jeden Fall hat er dich wahrscheinlich gesehen, weil er in deine Richtung geguckt hat. Du siehst mich jetzt nicht, oder? Nein, ich guck nicht mal, wo du bist. Bist du über mir? Ja. M4. Wo bist du? Ich bin ein bisschen weiter vorne als das 20 Schritt. Ja. Siehst du mich? Ja. Das war aber nicht auf uns gerichtet. Nein. Geh nicht weiter vor. Oh, ich bin tot! Nein, noch nicht ganz. Alter, der hat mich getroffen. Da ist er! Weißer T-Shirt, weißes T-Shirt. Hinter dir. Jetzt bin ich bewusstlos. Du bist blaues T-Shirt, ja? Nein. Nein. Ich hab nur einen blauen Rucksack. Der ist hinter uns gewesen, Mann. Da, wo du standst. Ich hab ein blaues T-Shirt jetzt auf einen geschossen. Ich schläge auf dem Boden, ich bin bewusstlos. Hinter einer Tanne. Ich schläge nicht zusammen. Ja. Ich schläge nicht her. Ich schläge nicht her. Scheiße, ich brauche Hilfe, sonst sterbe ich vielleicht. Komm, ich komm jetzt auf den... ... der scheiß Felsen nicht raus. Was soll ich machen? Wo liegst du? Hinter so einer Tanne am Waldrand. Also da, wo wir den Bambi gesehen haben, mit blauem T-Shirt. Da liege ich hinter einer Tanne am Eck. Ich finde dich nicht. Dann war es das doch nicht, du Bruder, Lark. Dann war es der Gegner. Ich dachte, du wärst hinter mir. Da liegt ein Toter. Aber wo belegst du? Hier hinter einer Tanne. Da, von wo wir gekommen sind, ich auch von der linken Seite, wo ich gelaufen bin. Ja, ich hab ihn so verletzt, aber jetzt... ... finde ich dich nicht. So ne Scheiße noch nicht. Wenn du mich findest, sofort das EP... ... mit Frieden hier reingeben. Und verbinden, noch klar. Der hat mich dreimal getroffen, der Typ. Warte, wenn ich mal... Hörst du mich, Inge? Ich hab ihn erwischt. Hörst du mich, Inge? Er war unrechtlich, der Wichser. Hörst du mich, Inge? Okay, jetzt hab ich ihn. Haha! Hörst du mich, Inge? Nein, ich weiß nicht. Hallo. Scheiße. Siehst du, dass ich schreib? Nein. Hallo? Victor, finde mich. Das ist ein Bambi mit einer Axt. Mann, nur Leichen hier. Oh Mann, nicht. Scheiße, ich bin nicht tot wahrscheinlich. Ich bin auf der linken Seite, auf der Seite von der Tanne, von der wir gekommen sind. Und ich bin auf der linken Seite von der Tanne, von der wir gekommen sind. Da lieg ich hinter der Tanne. Ziemlich weit hinten. Darf ich zurück? Da geht so ne Kurve, so ein Waldrandinnere, so ne Kurve rum, da bin ich reingerannt. Nach links oder nach rechts bist du reingerauft? Nach rechts. Bin zurückgerannt, von wo wir gekommen sind. Ah, der hat den Rücken geschossen, oder wie? Ja, ich lag da. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Der ist in der Nähe. Ja, ich hab wieder einen, hier. Hast du ihn abgeknallt? Ja, scheiße. Der war in der Nähe, rechts von mir. Geh nach rechts. Warte, ich muss jetzt nachladen. Ich bin auf der rechten Seite, du bist glaube ich zu weit. Victor, hörst du mich? Ja, ich höre dich, aber ich muss nachladen. Nein, ich mein irgendein. Nein. So ne Scheiße. So, jetzt mach ich's nochmal, ich bin jetzt zurückgelaufen. Von da, wo ich den Typen gerade gehört habe, habe ich gesagt, ey, I'm friendly. Das war auf der rechten Seite, also musst du nach rechts laufen. Von dir aus. Oder nach links. Ne, nach rechts normalerweise. Scheiße, mein Recht. Hier verstecken sich voll Leute und ich baller die mal ab. Aber das ist, auf der war nichts Gutes, nichts Schnaues, wollte ich nicht sehen. Der Typ hatte nämlich auch einen blauen Rucksack. Nach links. Da war einer mit einem blauen. Der hat mich geschossen. Weißes T-Shirt, blauer Rucksack. Hier ist das ein blaues Rucksack. Ja, hier liegen vier drei Leichen. Mit dir vier und ich bin dich. Oh man. Du musst einfach nur... Warte. ...bem Waldrandinneren, also nicht auf der Seite wo du warst, sondern auf der anderen. Warte. Was hab ich... Hier sind Leute im Busch und ich wollte sie abknallen, kann jetzt nicht auf sie schießen und weil ich... Vollidiot kein Magazin inks. Bitte hörte. Ich bin ohmächtig. Fuck! Wieso mach ich kein Magazin rein? Die haben dich gelootet. Du warst unter... Ja, da waren sie. Jetzt hab ich dich gefunden. Wenn er ohmächtig ist und ich auch. Ich hab gut reingeballert. Vielleicht wach ich auf. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Ja, super.